So Wie produzierst du die ganzen Torten? Ähm, wir haben ne Base dafür Wir haben ne Base dafür Wir müssen wieder neue Torten in Auftrag geben eigentlich, ne? Oh, hier ist noch, okay So Warte, ich schmeiß die mal hier oben rein Inzwischen ist mir das auch egal, ich hab die vorher sortiert, jetzt inzwischen, ich schmeiß die rein, wo Platz ist Scheiß, Blagen, wir verkaufen die eh wieder So Voll geil, Road to 49 Ich glaub's nicht Ich glaub es einfach nicht Road to 49, wir haben angefangen mit was, heute? 45, ne? So Scheiß, ich hasse mich Ne, 50 schaffen wir heute nicht mehr, das dauert noch zu lang 50 wird's heute nicht mehr Äh, wie weit waren wir? Hier noch nicht Wie weit waren wir? Hier Hier waren wir glaub ich, ne? Ne, Bushi hatten wir auch schon Jetzt käme Beacon glaub ich, ne? Jetzt können wir Beacon, 5 Beacons bräuchten wir So, warte Beacon Ähm Das ist wohl nicht wahr Oh, okay, warte Huch Äh, ich hab nur 3 Beacons immer noch Beacons Beacons Äh, warte, warte, warte Haben wir Pyrins? Noct oder Lailin Noct? Pyrin Noct hatten wir doch, oder? Pyrin Noct Jau, haben wir ein paar Haben wir auch Nutzlose? Leider nicht Fastenprofi ist ne Frau, okay Geistig, labil Ah, es sind alles Frauen? Okay Es sind alles Frauen außer einem Oh Ja, was willst du machen? Man muss nehmen, was man kriegt Ähm Haben wir Herrschaften hier gerade? Moment, ich guck mal ganz kurz Ich bräuchte einen, äh, einen solventen Herren Guck mal, das ist einer mit ner Krone, den nehm ich jetzt Ich bevorzuge jetzt einen mit ner Krone So Äh, warte, warte Zähler E-Non Hab ich richtig geschrieben? Ich hoffe, ich hab's richtig geschrieben So Hab ich einfach bevorzugt jetzt Bevorzugte Behandlung Zähler E-Non, wo bist du? Inmitten der ganzen Mädels hier Natürlich hat ja auch ne Krone So So Bei den ganzen Frauen, bei dir am Harem Sollte man sich vielleicht mal Gedanken machen Ist nicht mehr normal Welcher Harem? Hä? Aber Du weißt schon, dass es immer Herrschaften und Damen sind, oder? Die hier zusammengeführt werden Um sich der Gegenseitig einvernehmlichen Körperlichen Liebe hinzugeben Mit Butter Beiden wird ein Stück Butter gereicht Und dann, äh, läuft die Sache So Rein da Es ist wirklich wie Herzblatt Man kann sich auch bewerben Und alle sind Gewinner Alle sind Gewinner So Apropos, wie sieht's denn hier aus? Haben wir Respekt, ihr beiden Respekt Torte fehlt Die Torte ist alle Die sind fettig Hier drüben dauert's noch ein bisschen, oder? Jo Die sind fettig So Lala Ja Butter oder Bauernflutschi Beides geht Ich hasse mich dafür, dass ich den Begriff kenne Und ich weiß nicht mehr, woher So Wir lassen uns halt Zeit Ja, ich seh schon Ich seh schon Ihr gebt euch Ihr gebt euch dem Ganzen hin Einfach Warum aktiv werden, wenn man hochfächern kann So Okay Ähm Wer waren jetzt die Fettigen? Wer waren jetzt die Fettigen? Scheiße, ich hab's vergessen Ah ja, Tobi Tobi war fertig, ne? Tobi war fertig So, warte, warte, warte Dann holen wir den Tobi da jetzt raus So Der kann ja auch gar nicht mehr Der ist auch schon richtig durch Die Butter hat gebrannt Bei dem Kollegen So Tobi Und Lady Druna Es war sehr schön Aber jetzt brauchen wir den Platz für Äh Das sind immer so wenige, die fehlen Lohnt sich's hier irgendwo mal? Guck mal Sibelix Lohnt sich auch viel mehr, oder? Oder hier? Was ist das mit dem Halsband? Ist das Halsband natürlich gewachsen? Naja, dann machen wir halt mal Machen wir halt mal hier Vier Ragnahawk Ähm Ragnahawk Eine Sekunde Eine Sekunde Haben wir ein Männlichen ohne was? Ne, ne? Das will ich wieder zuschauen, gucke wieder Na gut So Nightmare Nightmare only one So Baram Du bist doch schon ein Hühnchen Wir hatten dich schon längst Du warst schon längst ein Pell Was ist denn mit dir? Du bist schon ein Pell Ne, nicht Hühnchen Du warst ein Schaf Ein Schaf warst du Du hast ewig viel Wolle gegeben Sehr viel Wolle Ja, ja, ja Du stehst auf der Weide drüben Immer noch So Okay Äh, Jess, bist du sicher, dass du da hinten Dass du das machen willst? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob du das willst, Jess Du weißt nicht, was hier passiert gerade So Äh, warte Die Torte war Was wollte ich denn hier machen? Ich hab irgendwas ausgelassen, ne? Oh, ich hab Beagle nicht fertig gemacht Oh Okay, warte Erstmal, ich mach hier nochmal schnell fertig Vier Stück brauchen wir Vier Torten Oh, nein, 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 nein Vier Torten Oh, meine Augen drehen schon langsam Äh, warte Ich will ein hübsches Pell sein Jess, du weißt nicht, was hier gerade passiert Hier, hier wird gerade der Genpool erweitert Ich, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll Was heißt erweitert? Im Grunde genommen Im Grunde genommen Vermehren wir gerade einfach die Emi Wir vermehren gerade einfach die Emi So Die hatte schon wieder fünf Minuten Ruhe Ja Da zuckt's schon wieder im Unterrock Da wird die Emi wieder nach oben gebracht So Go Emi Go Emi Die Emi trägt hier einfach alles So Hervorragend Einmal rein Und los geht's Ich hab nichts mehr zu trinken Warte Lass sie doch gleich oben Okay So Warte, warte, warte So Ist die Emi überhaupt noch da? Sehen die da noch anders aus? Ne, ne, ne Ist festgelegt, was da rauskommt Wir gucken vor allem, was wir brauchen Und dann sperren wir die Zuschauer In einen Käfig Wo sie quasi ein Cagefight austragen Und dann kommen die Babys Ja Ja, ja Ihr wisst ja, wie das läuft So, warte Was haben wir denn hier? Eine Torte fehlt Die waren dann auch fertig Wofür lässt man die Babys machen Wenn die nicht anders aussehen? Ähm Für die Erfahrungspunkte Und Babys sind auf dem internationalen Babymarkt Sehr viel Geld wert Viele Menschen haben keine Können keine bekommen Wollen welche in die Salzminen schicken Ähm Und dann kommen wir ins Spiel Mit unserer Serviceagentur hier Die wir mit den Zuschauern gegründet haben Ähm Und bieten das quasi an Ne, hier wird die Liebe voll ausgebrütet In der Legebatterie Und anschließend international verschickt Hier Mit unseren Großcontainern Meistens nach China Die haben gerade eine Knappheit Ja So Die Emi Foundation So, okay Äh, Baby machen gibt Erfahrungspunkte Ja, also ausbrüten eigentlich nur Das Baby machen nicht Nur das ausbrüten So Ähm Ich weiß, ich weiß Da fehlt noch was für fünf Kinder Ich weiß Ähm Erstmal Die beiden waren fertig Die beiden waren fertig Nicht wundern Ich mache erstmal hier weiter Wir kommen gleich wieder zu Beacon zurück Catrice, fünf Stück Warte Äh, wundert euch nicht Ich verfolge einen Plan Äh Puh Okay, warte Da würde ich Jess eigentlich sehen Aber das ist halt Hubex, ne Das geht nicht Pflöckchen Pflöckchen Okay, Jess Du willst dabei sein Ich guck mal, was ich machen lässt Ja, ich schau mal kurz Warte mal Warte, warte Müsste eigentlich Oh, das müsste gehen Okay Fragil 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 Alle fragil Jess, bist du fragil? Fragil Und eine Frau So Äh, so Oh, ups Entschuldigung Passt doch ein bisschen, oder? Eigentlich bin ich ziemlich stabil Ne, jetzt nicht mehr Oder gleich nicht mehr Je nachdem Das kann man so sehen Und so sehen So Die Jazzbrille Nach oben Oh, das passt sehr gut Guck mal Das passt sehr gut Oder? So, warte, warte Wir bringen die Jazz mal kurz nach oben Warte Sekunde Schöne Pfötchen hat sie auch Guck mal Sind das Sauknöpfe auf den Pfoten? Ich glaube, wir bringen gerade einen Profi nach oben Was? Jedenfalls Ähm So Wie trägst du denn kein Gentleman hier Manchmal Manchmal ist das auch ein bisschen ruppiger So Rein da Rein mit dir Erzeugt Feuer Das glaube ich Ist drin, ne? Ja, ist drin So Warte, warte Emi, gehst du schlafen? Oh Na gut Schlaf schön Und danke für deine Hilfe Vielen Dank für deine Hilfe Vielen Dank Dankeschön Und träumen was Schönes Oh Ein wohlverdienter Schlaf Ähm Ähm Hallo So Okay, wir brauchen jetzt für die Emi Äh, nein Quatsch Für die Jazz brauchen wir jetzt Ähm, warte Workaholic und Fastenprofi Ich hab nur noch die drei hier oben übrig, ne? Es bleibt Es bleibt der Ninja Charon Es bleibt Ninja Charon Ich nenne ihn Ich bin der nicht um So, warte Warte So Ich lass den Namen Ich lass den Namen drin Weil ich ihn auch vom Zuschauer ausgewählt habe Wäre gemein, ihn mir dazu überschreiben So Jazz Das ist für heute Abend deine Begleitung Für die nächsten Zehn Minuten So So Jazz Das hättest du dir ja vorher überlegen müssen Du hast gesagt Du bist all in Du hast gesagt Du bist all in Hast du gesagt Was soll ich machen? Jetzt musst du auch durchziehen Oh Ninja Charon Du bist ja da Du bist ja da Ja Einen wunderschönen guten Abend Äh 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 Los jetzt Ich bringe Torte Ich bringe euch Torte Fünf Fünf Torten kriegt ihr Da könnt ihr euch einreiben Da könnt ihr machen was ihr wollt Fünf Torten sollen es sein Gute Nacht Einig schlafen gehen Ich komm gleich mit So Hervorragend Jetzt ist die Emi nicht mehr da Der Grund warum ich hier noch nicht loslegen wollte war Dass ich einen Grisbold brauche Und ich wollte dann einfach die Emi Von da nach da rüber tragen Aber ich hab auch Angst Dass sie denkt Dass wir ein schlechtes Bild kriegen oder so Ist halt eher so ein Running Gag Kann man sich auch mit dir paaren Dazu möchte ich nichts sagen Heute sind Dinge geschehen Und wir reden nicht darüber So warte mal Wer war denn jetzt fertig hier Ähm Waren das die beiden hier? Ja ne? Ja Die beiden waren es So So Äh warte 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 Die beiden waren Äh Mimi und Tim Ne? Mimi und Tim Auch wieder super gemacht Bin sehr stolz auf euch Ganz hervorragende Ganz hervorragende Arbeit Die kann man eigentlich auch super Die kann man alle super fangen Ne? Ich hätte Bock Wehrdasche zu machen Ich mach Wehrdasche Warte Das lohnt sich halt mehr So So Oh Junge Junge Wäre das echte Ähm Wir haben noch Eier auf Tasche Ach guck mal Der Baram ist ja Ah der Baram ist noch ne Frau Der ist gar nicht zur Weide So werde ich jemals das Gras sehen in dieser Welt Am ersten vierten Jazz Am ersten vierten Keine Sorge An jeder dritten Ecke in Deutschland So warte Was brauchen wir denn? Was brauchen wir denn? Wen wollen wir denn? Können wir die einsetzen? Wird verschoben? Oh okay Jetzt schon Warte mal Ähm Wen können wir denn da gebrauchen? Okay das würde Das würde gehen glaube ich Warte Okay wir haben ein weibliches Skezchen Das würde gehen Und dann bräuchten wir Zum Beispiel Ähm Warte 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 Haben wir Doch haben wir doch oder? Grintails Doch haben wir Haben leider alle irgendwas Aber Workaholic ist okay glaube ich Workaholic ist glaube ich okay 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 Ein männlichen Kater Männlicher Kater Bisschen rollig Äh ja das passt Du hast vorhin gefragt Ob es was gibt Haben wir Ich glaube das passt schon ganz gut Der Boss Fox hier quasi So Einmal Junge Nicht abhauen So Puh Gibt es noch für Trophäe Ne nur Level Up Wir machen das nur für Level Ups hier gerade Und die Pan hat gerade Licht ausgemacht Ich glaube sie geht schlafen Ich bin mir nicht ganz sicher So warte warte Ja Ich glaube sie geht schlafen Ich glaube ich hatte recht Wie du magst Okay Bis gleich Hä Ja sehr gut Erzähl mir morgen davon So Warte 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 Ähm Eine Sekunde Hier rein Boah ich bin schon ein bisschen durch Wow Assassin Fox Ich habe mir das anders vorgestellt Dein Einsatz hier Das habe ich mir ein bisschen Okay Na gut Und das Gesicht Vor allen Dingen Nicht hinterher erwartet Er ist tot Er ist tot So Flup So Und jetzt Mau Weiblich Eine weibliche Mau Ein Kätzchen quasi Ein Kätzchen in der Brunft Oh 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 Komm Ganz ehrlich Also besser Besser geht es aber nicht Mieze Mauens Idees Besser geht es einfach nicht Ich kenne diesen Namen noch Aber ich habe ihn verdrängt Aus der Vergangenheit Ich habe ihn verdrängt Summer Night Stream Entschuldigung Entschuldige bitte Ich versuche meistens Passenden Namen Irgendwie zu nehmen So Sag mal wo fass ich die Katze eigentlich an Und wie Wow Das sieht irgendwie alles ganz falsch aus So So Und dann rein hier Passiert da eh nix Und wir brauchen Wie viel davon Sechs Stück Sechs Stück Ich glaube den wollte ich noch züchten Später Für Für die Felder Ich glaube das war der So was hier los Ach die machen ja eh nix Im Schlaf Ne die arbeiten nicht Die hier Okay So Mein Name wird zu nix passen Ja geht schon Geht schon geht schon So Oh boy Das Level Up kriege ich heute nicht mehr hin oder Ist schon zu spät einfach Summer Night Stream Dein Name passt zu allem Was redest du denn da Sommernachts traumvoll schön Hä So Warte warte Ich würde so gerne 49 noch hinkriegen Aber das dauert viel zu lange Es dauert einfach viel zu lange Wie kommt es eigentlich Dass bei dir auch mal die Lichter ausgehen Ist das absichtlich so geschaltet Das liegt an Das liegt an diesem komischen Philips Hue Fernbedienung Aber aus irgendeinem Grund Ballern die alle Ballern die alle Gruppen aus Ich weiß aber nicht genau warum Haben wir noch nicht rausgefunden Sie hat auch so eine Aber Hm So Oh Gott Gefühlt machen wir keinen Progress hier gerade So Hätte ich auch ein Vogelperl werden müssen Ja gut Habe ich vielleicht andere Maßstäbe angelegt Entschuldigung Da habe ich auf was anderes geachtet Dass es passt Entschuldigung So Hintern Keine Ahnung So Warte Bäm 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 Obwohl Vielleicht schaffen wir es noch Guck mal Schau mal Das ist nicht mehr so viel Wir sind so kurz davor So kurz Ravioli Dankeschön Vielen Dank Ravioli Wir sind so kurz davor Das muss doch reichen hier Oder Das muss doch reichen Wir sind so kurz davor Wir sind so kurz davor Ravioli Danke für den Raid Ravioli Dankeschön Herzlich willkommen Wir sind gerade am Wir missbrauchen gerade unsere Zuschauer Auf eine unangenehme Art und Weise Oh komm schon Komm schon Das muss doch passen Das muss doch passen Da Da ist noch ein paar Eier Okay warte Das kriegen wir noch hin Auf jeden Fall Kriegen wir heute noch hin Musik wäre toll Ja ja die ist gerade alle gegangen Warte mal Ähm Warte warte Ähm 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 Guck mal Warte Mir hat es gefallen Obwohl es alles taub ist Hubex Du wurdest komplett abgeschleckt Mit deinem Fell aus Zuckerwatte So Okay Wir züchten uns neue Zuschauer Sag mal Jetzt Jetzt aber Oh die Musik Aber wieder die Feelings direkt Oh die Musik Okay Los 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 schneller 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 Sind die fertig Oh die sind schon fertig Okay So Die arme Emi Es tut mir furchtbar leid Die arme Emi einfach Ich glaube 5 braucht man hier Ne Braucht man 5 Weiß noch jemand Go Emi Go Emi War das 5 Ich weiß gar nicht mehr Ich hoffe das reicht So Du kommst raus Ne 5 5 Okay passt super Dann läuft der Lachs Ja Und wir haben wieder 4 Eier auf Täsch Das reicht auf jeden Fall Das reicht auf jeden Fall Äh Hallo Das muss reichen Ah ja Ne Mach ich unten rein Das muss einfach reichen Wir sind so kurz vor Level up Dann haben wir 49 Das wäre sehr geil Behandle sie gut Sagt Rabenvater Okay Von dir nehme ich keine Tipps entgegen Was das angeht So einen wie dich Hatte ich schon Oh hier sind noch welche fertig Oh geil Warte 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 Emi auf jeden Fall Mitarbeiterin des Monats Auf jeden Fall Oha 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 Zielkurve Zielkurve Oha Vorletzter Oder Oder fertig Vorletzter Vorletzter Okay Zielkurve Leute Zielkurve Ja Ja 49 Alter Ja Hä Wie gut das einfach geht Wie gut das einfach geht Voll geil Super geil Ich spucke gerade schon Übergeisterung Hm Soll ich mal hier gucken Was haben wir freigeschaltet No brainer Wir brauchen die beiden hier Ist absolut ein no brainer Let's go Muss einfach sein Paluminium barren Paluminium barren Ich geh mal kurz gucken Boah geil Einfach schon geil So Was ist da jetzt so besonders An 49 Die Level Ups Im Late Game Dauern sehr sehr lange Und wir Rushen gerade so durch Und das Wir haben heute noch Ich glaube wir haben vier Level Ups geschafft heute Ne Vier Trotz Late Game Voll geil Wir brauchen die fucking Erze alle hier Oh leck mich Wir brauchen die Erze hier Ich werd mich gleich mal überladen gehen Wir haben die hier Oh shit Ich muss die Erze ja nochmal einsammeln dann Öööhh Oke warte Okay warte Moment So Alle drei in da Hier ist nur Kohle Achso, klar. Hier ist nur Kohle. Nee, nee, gibt 50 Level. Wir sind kurz vor Ende. Was die Level betrifft. Den Rest noch nicht. Ich nehm alle mit. Ich nehm einfach... Oh Gott, 20.000. Moment. Schnellreise. Oh, puh. Weißt du was? Scheiß drauf, nehm ich auch mit. So. Ähm, 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 ähm. Da wollte ich hin, ne? Ja, ist richtig. So. Lalalalalalalala. Ah, hervorragend. So, rein da und rein da mit den Erzen. Und jetzt können wir, glaube ich... So. Ach, wir brauchen hier auch noch einen Brenner, ne, dafür. Oh, nice. Zum Glück haben wir die vorbereitet hier. So, let's go. Wir brauchen jetzt noch einen Brenner, einen Burner. Burnhard. Burnhard. Ähm. Haben wir irgendwo mit Feuer 3 hier zufällig? Die haben Feuer 1. Low. Ach ja. Ja. Test... Ah, nee, die sind ja... Das sind die gar nicht. Nee, nee. Obwohl Feuer 3 geht schon. Feuer 3 ist schon okay. Shenlong hat auch nicht mehr, ne? Aber Shenlong ist weniger, glaube ich. Ja, Shenlong ist weniger, hat auch... Hat Feuer 4. Ja, dann mal, äh, rein. So. Oh Gott. Oh, Gott. Wir könnten ihn auf Feuer 5 bringen. Das würde gehen. Wir bräuchten Torten. Eine Menge Torten dafür. Ich glaube, ein Feuer 5 Shenlong wäre nicht das schlechteste. Ich glaube, wir bräuchten 116 Torten. Ne, wie viele sind alles insgesamt? 126 Torten? Ich weiß nicht mehr genau. Waren doch 116? Ja, oder zwei Öfen würde auch gehen. Aber selbst mit zwei Öfen. Puh. Okay. Das mache ich nicht mehr heute. Das mache ich nicht mehr heute. Heilige Scheiße. So. Warum? Guck mal auf die Uhr. So. Ich glaube, ich werde irgendwann einfach Palworld laufen lassen nebenbei. Fertig. Ich stelle mich da hin, lasse es im Hintergrund laufen und dann ist gut. Ich stelle mich nicht daneben oder weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das dauert zu lange. In ein paar Jahren immer noch Palworld. Ne, 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 ne. Ich mache das ohne euch einfach. Ich lasse es ohne euch durchlaufen. Ich glaube, das hier ist schon uninteressant genug, ja. Mit dem Züchten ist schon uninteressant genug. So. 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 Okay. Die nehme ich noch mit gerade. Erledigt. Bushi ist erledigt. Oh. Die brauchen noch ein bisschen. Ist fair. Das ist fair. Okay. Hervorragend. Heute war wirklich Chaos. Wir haben nebenbei einen Turm gemacht. Einfach so. Wurde auch langsam mal Zeit, ne. Die anderen müssen wir auch mal machen. So, die sind fertig. Jazz ist schon fertig. Das geht auch schnell. Ich meine, okay. Die sind auch im Arbeiten. Warte mal. Warte. Äh, hier. Die sind auch noch im Arbeiten. So. Aber da ist schon wieder, da ist schon durch die Nummer. Na gut. Dann tue ich die beiden erstmal wieder raus. So. Ninja und Jazz. Zack. Wieder raus. Ja, bin ne Schnelle. Okay. Hä, was macht denn er? Der gönnt sich ein Päuschen. Ja, gönn dir doch. Ja, na klar gönn dir ein Päuschen. Das dauert ja nur sieben Jahre, bis es fertig ist. Lass es doch neun werden. Spielt ja keine Rolle mehr. Wir werden ja alle älter. Ein Päuschen gönnt er sich. Der Arme. Hat schon zwei Minuten gearbeitet. Weißt du, oben wird da Tagen gerödelt. Ja. Die Luft kannst du schon schneiden da oben. Und er nach zwei Minuten. Oh, ich kann nicht mehr. Oh, ich bin der große Jumann-Töte-Ignis. Oh, ich kann nicht. Unverschämt. 28 Barren. Na ja. Na ja. So, kurze Frage, bevor wir... Ich schau mal kurz was. Barne. Ähm. Die hätt ich gerne. Oh, können wir schon. Ich hab schon 135 Paluminium-Barren. Ich hab schon mal welche gemacht. Wusste ich gar nicht. Okay, cool. Geil, wie die ranflitzen. Danke, Leute. So. Und Paluminium-Helm. Danke, Leute. Ihr seid super. Hervorragend. Gut, die neue Rüstung hab ich noch mitgenommen. Nice. Der neue Visor. Auch nice. Brauch ich die hitzeresistente Rüstung trotzdem vorsichtshalber? Oder reicht das Hemd? Ich brauche noch ein Kältehemd irgendwann. Die beiden Dinger haben wir schon. Ähm. Schisspulver brauchen wir noch. Die Rüstung ist echt... Wow, die Rüstung ist echt ganz nice. Guck mal. Ist echt nice. Cool. Voll geil. Ähm. Die haben wir jetzt auch. Und wir können die herstellen. Legendäre Sphäre. Zement, Carbon, Faser, Paluminium. Eigentlich frech, wie teuer die ist. Eigentlich frech. Aber naja. Mit uns kann man's ja machen. Ähm. Die wollte ich mal machen aus Spaß. Aber brauchen wir eigentlich nicht. Sturmgewehr können wir machen. Ich bin immer nicht überzeugt davon. Wo ist denn die Panzerfaust? Soll die Panzerfaust nicht auch hier sein? Hä? Warte mal. Äh. 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 Hier. Äh. Äh. Das ist... Äh. Ja, 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 ja. Wir haben das lumpige Fließband hier noch. Oh. Puh. Okay. Ja. Ihh. Bäh. Puh. Wie kann man so ein scheiß Fließband haben? Ighit, igit, igit, igit. Ähm. Produktion. Warte. Die brauchen wir. Können wir bauen. Können wir exakt bauen. Das ist die richtige, ne? Ja. Wir haben momentan noch die alte. Ja, gut. Der Mensch mit der Minigun hat bei mir Gronkh. Was? Das ist frech. Das ist einfach nur frech. So. Jetzt muss ich noch gucken. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Und wenn, dann müssen die gleichzeitig... Warte mal. Ich muss es hieran ausrichten, glaube ich, ne? Ich habe es immer hier an der Mitte ausgerichtet. Oh Gott. Gerade bauen ist ja immer ein großer Akt der Freude. Leute. Bauen. Geil. Haben wir. Gott. Ich bin leider noch ein bisschen schwer. Warte mal. So. Was wiegt denn hier so viel? Oh. Ich sehe schon. Geil. Haben wir jetzt auch. Nice. Wie schön. Okay. Zeig mal her. Wir brauchen 30 Polymerplatten. 30 Polymer, 30 Polywenigerplatten. Leute. Wie er mal herkommt. Der ist so süß. Aufsichtsperson ist so süß. Danke, Leute. So. Panzerfaust. Leute. Der ist so süß. Der ist so süß. Achso. Panzerfaust haben wir. Die haben wir jetzt auch. Angriff 10.000. Wat? Ich weiß schon mindestens zwei, wo ich das Ding einsetzen werde. Hier drin nicht. Hoffe ich. Ich hoffe, das Ding wird nie hier drin losgehen. Dann sind wir richtig am Arsch. Dann höre ich auf. Das ist beendet einfach. Direkt. Ähm. Wir brauchen Schießpulver. Dafür brauchen wir Knochen wahrscheinlich. Ne. Das war nicht Knochen. Holzkohle. Schwefel war es. Schwefel war es. Leute. Danke euch. So. Sind nur 10. Wegen Schießpulver. Okay. Leute. 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 Das will ich noch sehen. Das will ich noch sehen. Danke Leute. Ähm. Wo geht man damit hin? Ähm. Oh. Okay. Ich frag einfach nicht, ja? Ich frag einfach nicht. Äh. Die Eier lass ich noch hier. Okay. Ich will die hier nicht ausrüsten. Ich. Die macht mich nervös. Wenn ich ehrlich bin. Die macht mich richtig nervös. So. Warte. Ich pack die Eier noch schnell in den Brutkasten. Will die nicht auf Achse haben. Die sind schon voll hier, ne? Ja. Die sind voll. Hier. Hier. So. Bupp. Bupp. Und Bupp. Gefroren. So, so, so. Dann hier. Bupp. Und. Bupp. Ganz kurze Frage. Um so legendäre Sachen zu suchen, muss ich Dungeons abklappern, oder? Um legendäre Rüstung und Waffen und sowas zu finden, muss ich immer Dungeons abklappern. Sehe ich richtig, oder? Genau. Und Dungeons, die Truhen halt. Genau, genau. Die Endtruhen halt immer. Okay, okay. Naturschutzgebiet, Kisten auch. So, mal hier rein. Wo ist meine ganze Cola eigentlich? Ich hab noch sehr viel mehr. Ach, Mythos. Hör auf jetzt. Was soll das? Äh, warte. Hä? Okay. So. Bosse killen ist der schnellste Weg. Spezifische Leggies droppen bei spezifischen Bossen. Okay. Okay, okay. Also bei bestimmten Bossen. Da muss ich mich erkundigen, wer was hat. Äh, ich wollte die Rüstung noch ablegen. Die alte. Nee, ich mach jetzt keine ganze Tour, Leute. Ich mach keine ganze Tour. Guck mal auf die Uhr. Ich bin schon viel zu spät. Ich muss eigentlich längst im Bettchen liegen. Ähm. Die alte Kette. Die alte Kette kommt hier rein. Wo hab ich denn eigentlich her? Ich hab keine Ahnung. Achso, die Rüstung. Wir müssen, glaub ich, warte mal. Das hier ist ne Kälteschutzrüstung, ne? Kälteresistenz, genau. Wir brauchen aber die hitzeresistente Rüstung, glaub ich. Bin mir nicht ganz sicher. Da, wo wir hingehen, brauchen wir, glaub ich, die hitzeresistente. Ich pack mir die mal ein. Im Dungeon kann ich mich vielleicht nochmal umziehen. Den Scheiß liefer ich gleich nochmal ab. Okay. Ding, ding, ding. Und noch eine Sache. Ähm. Hab ich hier irgendwo ne Lücke noch? Zwischen? Ja, ne? Äh. Danke, Schroom. Vielen Dank. Guck ich später mal rein. Danke dir, danke dir. Ähm, warte mal. Ich pack mal... Bronchherry. Was macht ihr da drin? Ich hab keine Ahnung. Capicho hab ich zwischendurch mitgenommen. Ähm. Jetzt hab ich alles umsortiert. Ich weiß halt gar nicht mehr, wen ich sonst dabei hatte. Wen sollte ich mitnehmen? Die sind nach Stärke sortiert, glaub ich, ne? Eigentlich. Dachte ich. Dachte ich. Ich sortier die nochmal. Ich brauch keine Sphären. Ich brauch keine Sphären. Ohrseag. Ohrseag. Ist aber Blitz. Ich glaub ich brauch Erde. Ich glaube ich werde Erde brauchen. Also wahrscheinlich Anubis. Okay. Haben wir aber schon dabei. Die anderen sind halt alle eher so, ne? Bronco Buster können wir mitnehmen. Der ist 33, aber der wird so down gehen, ne? Wir müssen die halt eigentlich noch leveln. Aber, ne, wir brauchen eigentlich... Stimmt, Angriffsmacht könnte man mitnehmen. Wo ist denn Angriffsmacht eigentlich? Wo steckt der denn? Ich wollte grad suchen, aber das geht ja nicht. Wo ist denn Angriffsmacht? Boah, meine Augen sind so trocken gerade schon. Ich muss in die Haier, Leute. Vail it. Nein, nicht du, Angriffsmacht, Joe. Angriffsmacht suchen wir gerade. Hä? Wo ist der? Erstes Drittel. Ah ja, da, 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 da müsste er sein, ne? Robin Quill, Robin Quill, Angriffsmacht. So, dann nehmen wir den mal mit. Mal gucken. Bin mir nicht ganz sicher, ob das alles passt. Ich hab keine Ahnung. Ich muss kurz blinzeln, weil meine Augen trocken sind. Dann würde ich mal kurz eine Schnellreise machen. Kann ich hier existieren? Abgelegenes Fischerdorf. Kann sein, dass wir sterben. Ich hab keine Ahnung. Wir testen mal. Wir testen mal. Ich seh nichts. Da. Okay, was will ich denn da machen? Ich hab keine Ahnung. Oh boy. Die haben ja Spaß. Wir testen das aber mal. Wenn wir sterben, sterben. Wenn nicht, dann nicht. Ähm... Oh, ich hab Ina dabei. Wollte ich gar nicht. Ich glaub... Ich glaub unsere Pals sind noch zu low level und wir vielleicht auch. Ich weiß noch nicht genau. Das hier wäre der logische nächste... Ich wollte die nachladen. Ich wollte die grad laden. Ich hab jetzt einen versemmelt. Holy shit. Boah. Einen versemmelt gerade. Naja. Aber es funktioniert. Gute Nachricht. Es funktioniert. Oh, warte. Ich hab vergessen Musik anzumachen. Cool. Leider ohne Musik. Entschuldigung. Oh, wow. Achsel und Ohrserg. Der sieht cool aus. So. Oh Gott. Puh. Junge, Junge. So. Wo ist er? Der ist, äh, der ist ein bisschen over. Oh shit, ich muss mal nachladen. Das dauert leider sehr lange mit dem Nachladen. Das dauert leider sehr lange mit dem Nachladen. Oh shit, ich muss nachladen. Oh shit, ich muss nachladen. Okay, wir brauchen mehr Muni für den. Wow. Wow, was war das denn? So. Autsch! Gut getroffen gerade. Ich habe die falschen Waffen ansonsten. Die hier ist ganz geil, die Basuka ist ganz geil, aber ansonsten habe ich die falschen Waffen. Ich krieg den auf keinen Fall down, das wird 1000 Jahre dauern. Ich habe nur noch eine jetzt. Ich lade gerade die letzte. Ich lade gerade die letzte. So, wenn der Lumis mal mehr angreifen würde, nicht nur tänzeln, was macht ihr denn da hinten? Das war's. Jetzt muss ich mit der Spitzhacke weitermachen. Puh. So. Das wird ein bisschen länger dauern. Alter, die hat einen scheiß Range halt, das Mistvieh. Und ärgerlich, dass der uns die ganze Zeit antriggert, ne? Nicht Anubis, sondern uns halt. Was macht der da hinten eigentlich? Ich glaube, der steckt fest. Ich glaube, Anubis hing die ganze Zeit fest. Kann das sein? Ich glaube, der ging wirklich fest. Oh Gott, das ist das Schlimmste. Oh oh. Wo ist er? Oh Gott, das ist das Schlimmste. Oh Gott, das ist das Schlimmste. Oh shit. Ah, scheiße. Ah, scheiße. Ah. 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 Ops. Angerüst macht das auch fast down. Schick. Puh. Puh. Alter. Was war das denn gerade? Schade. Ich sehe nichts. Das war's. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Holy shit. Puh. Junge, 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 Junge. Geil. Hitze. Oh fuck. Ähm, 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 schnell, 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 schnell. Ähm, ähm, hier. Puh. Geil. Musik wär schön gewesen, aber irgendwie war's so auch ganz cool. Ha. Ja, das Team haben wir ihm zum Fraß vorgeworfen ein bisschen, muss ich zugeben. Aber ich glaube, das ist okay und ist normal. Ich glaube, das passt schon. Wir haben ihn. Zweiten Turm heute. Vier Level heute. Guter Lauf. Ein guter Lauf. Ja, und war's wert. Auf jeden Fall. Ich würde das Team mal ganz kurz resten lassen. Hier. Und hier. Und hier. So. Geil. Voll geil. Hervorragend. Wir müssen uns irgendwann mal eine richtige Kampfcrew machen. Das ist momentan noch nicht mein Final-Team irgendwie. Das ist ja gerade zusammengeworfen, ja. Ähm. Ich hätte gern ein richtiges Team. Ich hab dafür eine Idee. Okay, was immer die hier machen. Ich hab keine Ahnung. Aber ich muss dafür viel Zucht betreiben. Ähm. Okay. Okay. Ihr macht das schon. Ihr macht das schon. Okay. Haben wir auch gleich wieder. Okay. Na gut. Träumchen. 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 Ah. So. Gut. Gut, gut, gut. Reicht für heute. Eine Sache guck ich noch mal schnell. Äh. Warte, warte. Eine Sache guck ich noch mal schnell. Ähm. Ich würde gern noch mal schnell. Äh. Hier hin. So. Ich wollte nur ganz kurz eben mal fragen, äh, ganz kurz eben mal noch mal gucken. Wie sieht's hier mit Salat aus? Ich mein, wir brauchen keinen mehr. Aber auch. So. Äh. Kikeriki und Wachhund, ihr spielt aber zu zweit, ja? Also, lass mal die Kirche im Dorf. Zu zweit spielen ist schon viel einfacher. Das ist nicht viel hier, ne? Ich mach mal, aber das ist nicht viel. Okay, wir haben Salat. Wir haben den Salat. Wir brauchen ihn nicht, aber wir haben den Salat. Hüah. Oh Gott. Ähm. Wir brauchen mehr Eier. Ach so, okay. Hab ich falsch verstanden. Entschuldigung. Ähm. Wir brauchen viel mehr Eier. Wir haben schon zwei Hühner und kriegen trotzdem nicht genug Eier. Ein Besucher scheint sich am Lager zu nähern. Was? Ist das dieser Händler, oder was? Wo soll der denn sein? Wie krieg ich denn mehr Eier? Zwei Hühner reichen nicht mehr. Ja. Ich mein, Besucher ist kein Angriff. Also, wo ist der denn? Tja, keine Ahnung. Keine Ahnung, wo der ist. Ich hab keine Ahnung. Der wird wahrscheinlich irgendwo sein. Ähm. Scheiße. Wie kriegen wir mehr Eier? Wie kriegen wir hier mehr Eier? Mehr als zwei Hühner. Ich könnte noch einen Huhn machen. Ja, wir müssen wahrscheinlich Hühner hochsaften, ne? Also, wir müssen wahrscheinlich Hühner züchten. Und dann, äh, oder? Ne, nicht nur für Level 50. Ich hab noch was ganz anderes vor. Ich muss noch ganz viel züchten mit den Swees. Ganz viel. Das wird furchtbar. Ich hab sehr viele gesammelt schon. Aber, 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 aber. Ich werd noch ganz viel züchten müssen. Das mach ich aber ohne Aufnahme. Das mach ich aber off- Also, off-screen. Ham. Wir müssen wahrscheinlich Hühner auf Farming Level 2 bringen, oder? Die Musik passt hier so gut, irgendwie. Wir brauchen die Hühner auf Farming Level 2. Wo sind die überhaupt? Hä, was machen die? Da, okay. Ironischerweise, um die auf Level X zu züchten, müssen wir entweder mehr Hühner sammeln. Das ist eigentlich easy. Oder wir müssten ja züchten, und das will ich nicht. Genau, Workspeed noch drauf züchten. Ich hab mir sogar ein paar Sachen aufgeschrieben, auch für Hühner. Ähm, ja, mal gucken. Mal gucken, wie's demnächstes Mal aussieht. Ich schau mal. Ich schau mal. Auf jeden Fall müssen wir saften. Hühner fangen geht schnell. Da geht's in einer Stunde durch. Ja, wahrscheinlich. Ich glaub, Level 2 reicht eigentlich schon. Glaub ich. So. Auf YouTube, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, äh, sorry. Wir haben sehr viel... Hä? Ja, was macht das denn? Es erntet? Edris! Warum erntest du denn? Sag mal. Ich kann's doch nicht abbrechen. Ist kein Wunder. Es ist kein Wunder. Dass wir die nicht abbrechen können, ne? Ist furchtbar. Edris! Werde mal fertig, bitte! Wir brauchen dich! Für Eier! Nein, jetzt lauf nicht weg! Hungrig! Ach, dann brichst du ab, wenn du hungrig bist. Komm mal mit. Komm mal mit jetzt. So. Motiviert ist er auf jeden Fall. Also, Motivation mangelt es ihm nicht. So viel steht fest. So. Jut. Jut, jut, jut. Das war's für heute mit Palworld. Ich glaube, wir nähern uns nach und nach. Eigentlich... Also, heute haben wir echt guten Progress gemacht. Ich bin sehr happy darüber. Das mit dem Züchten. Ich gebe zu, es war lustig, aber ein bisschen öde. Auf Dauer. Ja, wenn man nur hoch und runter läuft und die ganze Pelze hinterher schleppt jetzt so. Hm. Naja, und dann nur Eier ausbrütet. Hm. Okay. Äh, aber trotzdem. Zwei Türme haben wir gemacht. Ein paar Bosse haben wir gemacht. Oder Dungeons. Ich weiß gar nicht mehr. Irgendwatt. Ähm. Ich bleibe optimistisch. Ich bleibe optimistisch. Wir müssen... Mit den Knarren müssen wir noch gucken. Aber auf jeden Fall... Ich muss unbedingt meine Fighting Pals... Das muss eins der nächsten Dinger werden. Meine Fighting Pals auf Vordermann bringen. Mein Fighting Team. Das wird wichtig. Ja. Schau mir mal. Schau mir mal. Schau mir mal. Vielen Dank für's Zuschauen auf YouTube und Kuss geht raus. Tschau. Mit V. Schau. Schau... Schau. Im